Hallo, ich bin Olivier Marco. Ich stelle euch jetzt gerade mein Auto mal kurz vor. Es ist eine Superbargie für EM zu fahren. Allrad fast 400 PS mit zwei Doppelmotoren, 2000er GSX-Suzuki. Hier haben wir einmal zwei Displays von AEM, jeweils doppelt, weil ja zwei Motoren drin sind. Dann haben wir ProFlex Stoßdämpfer drauf und Zestino Reifen. Ja, es sind Peugeot Differenziale drin und Ölküller, alles was man braucht. Also hier sind zwei Displays von AEM, da kann man alles gucken, Temperatur vom Öl, Temperatur vom Wasser. Hier haben wir zwei Ganganzeigen, die zeigen welchen Gang drin ist. Hier macht man das Auto an, jeweils auch doppelt. Hier haben wir Ölventilator, Wasserventilator und Ölpumpe. Unten sieht man dann die Pedalen vom Auto. Ja, ok. Gut. Tillhead sitzt drin ganz neu. Wie gesagt, das Auto ist nager neu. Ja, ok. Gut. Mittag breaksAD im ? Ja, ok!